Die Idee ist gut. Eine Hervorhebung bündelt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf eine bestimmte Stelle der Folie. Leider eignen sich die meisten Hervorhebungseffekte meiner Meinung nach zwar gut für einen Kindergeburtstag, aber weniger für eine professionelle Geschäftspräsentation. Oder was halten Sie von den folgenden Beispielen? Wie dem auch sei, die Entscheidung liegt bei Ihnen. So weisen Sie einen Hervorhebungseffekt zu. Klicken Sie das Objekt an und wählen Sie Animation hinzufügen. Ist der gewünschte Effekt bereits in dieser Liste enthalten, klicken Sie ihn an. Ansonsten wählen Sie Weitere Hervorhebungseffekte. Für eine Vorschau klicken Sie einen Effekt an. Mit einem Klick auf OK weisen Sie ihn zu. Für Texthervorhebungen gehen Sie nach demselben Schema vor. Erst in den Text klicken und anschließend den Effekt wählen. So eine Vorschau klicken Sie einen Effekt an. Mit einer Vorschau klicken Sie einen Effekt an. Mit einem Klick auf Kurschen. Vielen Dank.